Musik Säulen, Meander und Acanthusblüten. Motive dieser besonders plastischen, mit 1,06 m extra breiten Fließtapeten für die Gestaltung von Sockeln und Friesen sind von Antike und Barock inspiriert. Grafische Motive setzen in modern eingerichteten Räumlichkeiten ausgefallene Akzente. Pigment Friese ist für farbsparende, deckende Anstriche und Lasureffekte konzipiert. Verwenden Sie stets lösemittelfreie, weichmacherbeständige und dünnfilmige Farben und Lasuren mit einer langen Offenzeit. Eine entsprechende Farbempfehlung erhalten Sie von Ihrem Groß- und Fachhändler. Vor der Schlussbeschichtung empfehlen wir, eine Probefläche anzulegen. Achtung! Farbänderungen sind im Nachgang bei Lasuren nicht möglich. Gute Lasurergebnisse werden mit einer Ovalbürste erzielt bei anschließender Farbüberschussabnahme durch einen Lasurwischer. Gut deckende Anstriche werden mit einer Lammfellwalze von 14 bis 16 mm erzielt. Beschneidebereiche, welche bei deckendem Anstrich mit einem Pinsel vorgestrichen werden, sind mit einer kurzflorigen Farbwalze zu überarbeiten. Arbeiten Sie in allen Beschneidebereichen nur nass in nass. Unsere Empfehlung? Beschichten Sie zu zweit, um Farbansätze und Antrocknungen zu vermeiden. Alle Informationen zur Verarbeitung finden Sie im technischen Merkblatt direkt über den QR-Code auf dem Tapeteneinleger und in der Kollektion oder unter www.architekts-paper.com Untertitelung des ZDF für funk, 2017